Da fragt man sich, wer oder was bist du denn? Sei getrost und unverzagt, denn Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst. In Oelde beten sie Robby im wahrsten Sinne des Wortes an. Und zwar nicht nur während der Messe, sondern auch danach. Vor allem für jüngere Besucher wie Justus ist der Roboter ein Segen. Ich finde es cool, dass die Kirche sich auch mal mit neuen Sachen zusammentun sollte, weil dann ist die Kirche einfach wieder moderner. Die Erleuchtung, Robby nach Oelde zu holen, hatte Elke Räbiger, die Pfarrerin. Es war nicht als Spaß gedacht, dass er hier mal in Oelde Station nimmt und auch nicht als Provokation, sondern wirklich als Einladung zum Gespräch, dass wir uns gemeinsam Gedanken machen, wie unsere Zukunft sein wird. Und deshalb baut sie Robby auch in ihre Predigt mit ein. Das ist wirklich eine neue Dimension und die sollten wir beherrschen und nicht sie uns. Denn Maschinen sind immer gedacht uns zu Hilfe. Sie sind Diener. Robby zieht in der evangelischen Kirche in Oelde alle Blicke auf sich, spaltet aber die Gemeinde. Da würde ich doch das persönliche Gespräch mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer auch in Zukunft suchen. Also ich war sehr skeptisch, muss ich wirklich sagen. Aber irgendwie habe ich mich jetzt ein bisschen dran gewöhnt schon. Er stößt an und ich glaube, für diese Funktion ist er wie gemacht. Trotzdem stehen hier Jung und Alt Schlange, um sich von Robby segnen zu lassen. Ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Den Segen gibt es übrigens zum Ausdrucken und zum Mitnehmen. Neben jeder Menge Eindrücke bekommt Justus außerdem eine Autogrammkarte von seinem Kirchenstar aus Oelde. Denn der bleibt nur noch bis Freitag. Robby kann sowohl mit Männer als auch mit Frauenstimme segnen. Und zwar in fünf verschiedenen Sprachen. Und in dieser Hinsicht versteht die Kirche auf jeden Fall eine Menge Spaß. Mach dich fort in Gottes Namen.